Bei Familie Holz in Dorum werden nun die Pflastersteine verlegt. Das geschieht im sogenannten Fischgrätenverband. Das ist besonders wichtig auf der Auffahrt und im zukünftigen Parkplatz am Haus, denn der Stein hält so die Verdrehung der Autoreifen aus. Die Steine unterscheiden sich etwas. Während auf unbefahrenen Wegen eine Dicke von 6 cm reicht, muss ein Stein auf der Auffahrt mindestens 8 cm dick sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017